Ja Leute, du bist also hier, weil du wirklich glaubst, dass dieses Video dein Gesicht enthüllt. Nun das ist 100% real. Jawollski. Aber du denkst wahrscheinlich, wie kann ich dein Gesicht in diesem Video enthüllen? Nun, glaube einfach an mich. Ja Habibi. Also bist du bereit, dein Gesicht zu sehen? 3 2 1 Hast du dein Gesicht gesehen? Nein. Okay, okay. Versuchen wir es nochmal, aber zuerst musst du das Video auf Vollbild schalten. Bist du bereit in 3, 2, 1? Wenn du dir den Bildschirm genau ansiehst, kannst du definitiv dein Gesicht an diesem schwarzen Bildschirm sehen. Richtig. Ist das nicht geil? Ich hätte es fast vergessen, ihr könnt liken und abonnieren bevor das Video endet. Video endet in 3, 2, 1. Lass uns zusammen zu Legenden werden. Habt einen fantastischen Tag.